Herzlich willkommen zum dreiteiligen Video-Tutorial zur Lernplattform OLAT. OLAT ist das Learning Management System der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Ich werde Ihnen im ersten Teil dieser Reihe zeigen, wie Sie sich erstmalig in OLAT registrieren und wie Sie sich an OLAT anmelden. Um mit OLAT zu arbeiten, brauchen Sie eine Internetverbindung und einen Internetbrowser. Für die Registrierung brauchen Sie zudem die Zugangsdaten Ihrer Hochschule. Bevor Sie die Plattform nutzen können, müssen Sie sich zuerst in OLAT registrieren. Dazu benötigen Sie Ihre PASG Webmail-Benutzerdaten. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an olat.phsg.ch, falls Sie Fragen haben sollten oder nicht mehr weiterkommen bei der Anwendung von OLAT. Um mit der Plattform zu starten, müssen Sie zuerst Ihren Internetbrowser starten und navigieren zur Adresse www.olat.uzh.ch. Das ist die Startseite der Universität Zürich, da OLAT ein Projekt der Uni Zürich ist. Auf der Startseite wählen Sie aus diesem Dropdown-Menü hier Ihre Institution, in unserem Fall also die Pädagogische Hochschule St. Gallen. Mit einem Klick auf Login gelangen Sie zum Institutionslogin. Hier können Sie sich nun mit Ihren Webmail-Zugangsdaten an OLAT anmelden. Das ist vorname.nachname.phsg.ch, wenn Sie Dozierender oder Mitarbeiter sind, oder vorname.nachname.phsg.ch, wenn Sie Student an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen sind. Ich gebe hier also jetzt diese Zugangsdaten ein, also vorname.nachname.phsg.ch und das entsprechende Kennwort. Und mit einem Klick auf Login gelangen Sie hier zu dieser Registrierungsseite, die nur bei der allerersten Anmeldung erscheint. Sie müssen sich hier nun für OLAT erstmalig registrieren. Wählen Sie also die Sprache aus, in unserem Fall also Deutsch, und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Nun müssen Sie bei der allerersten Anmeldung einen OLAT-Benutzernamen definieren. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Webmail-Benutzernamen zu verwenden, also die ersten beiden Buchstaben Ihres Vornamens, und dann direkt ohne Abstand und Leerschlag Ihren Nachnamen hinten dranhängen. Also das wäre im Fall von unserem Smart Student, dem Benutzer hier, also SM für den Vornamen und dann direkt Student für den Nachnamen, ohne Punkt und ohne Leerschlag. Und nachher bestätigen Sie das Ganze mit einem Klick auf Speichern. Nun möchte OLAT von Ihnen wissen, ob Sie mit den Benutzungsbedingungen einverstanden sind. Dieses bestätigen Sie, indem Sie dieses Häkchen hier aktivieren und klicken auf die Schaltfläche Akzeptieren, damit die Anmeldung an OLAT abgeschlossen werden kann. Nachdem Sie alle Registrierungsschritte erfolgreich durchlaufen haben, haben Sie sich nun zum ersten Mal erfolgreich auf OLAT angemeldet. Was Sie nun vor sich sehen, ist der Startbildschirm von OLAT. Dieser sieht für Studierende wie auch Dozierende ziemlich ähnlich aus. Im nächsten Videotutorial werde ich erklären, wie Sie als Dozent eigene Kurse anlegen und Materialien für Ihre Studenten und Studentinnen hochladen und bereitstellen können. An dieser Stelle für unsere Studierenden interessant ist es wahrscheinlich, wo Sie denn auf OLAT zu den entsprechenden Materialien gelangen können. Sie klicken hier oben in den Register Lernressourcen und wählen dann den Katalog der Pädagogischen Hochschule St. Gallen aus. Und je nach Zugehörigkeit und Studienrichtung navigieren Sie sich hier nun zu den gewünschten Unterlagen, Modulen und Kursen. Also in diesem Fall zum Beispiel hier Studiengang, Kindergarten und Primarschule und nun der Fachbereich, zum Beispiel Erziehungswissenschaften. Und entsprechend suchen Sie sich dann die gewünschten Kurse und Materialien aus. Am Ende nicht vergessen bitte immer OLAT mit einem Klick auf die Abmeldenschaltfläche am rechten oberen Bildschirmrand wieder verlassen, sodass sichergestellt ist, dass das Logout erfolgreich durchgeführt wird. Diese Sicherheitsmeldung können Sie mit einem OK bestätigen und dann haben Sie sich erfolgreich von OLAT abgemeldet.